Moinsen Leute und Willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen mal wieder ein kleines Ründchen Mirrors Edge. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass unsere Schwester Kate tatsächlich verurteilt wurde. Und wir sollen jetzt zu dem neuen CCC-Gebäude und dort irgendwas machen. Auf dem Weg werden wir verfolgt von irgendwelchen PK-Security-Special-Squads, die extra darauf ausgebildet sind uns zu jagen. Das finde ich nicht gut. Und wir müssen versuchen vor denen zu entkommen und sie abzuschündeln. Was leichter gesagt ist als getan. Alter, lass mich doch durch! Ich will nur zu der Rampe hier, zu dieser Halfpipe. Mit dem Skateboard wäre man da auch richtig schnell rübergekommen. Ah, Skateboard habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist ein Downloadable Content. Denn, ja, verwunderlich eigentlich. Obwohl dieses Spiel von EA ist, gibt es hier gar keine DLCs, oder? Nicht mal das angesprochene DLC mit Skateboard. Das war nur so gesagt, als Joke. Aber gibt es gar nicht wirklich. Oh, verdammt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist irgendwie nicht der Ort, wo ich hin wolle. Was? Um alles in der Welt? Seid mal nicht so hier mit den Schockern aktiv. Und wieso seid ihr so viele? Aua! Boah! Ich glaube ich muss wieder auf leicht stellen. Die ersten Gegner hier haben mich schon wieder so aufm Kieker, dass ich an denen nicht schon vorbeikomme. Du musst weg von ihnen. Ja, ach nee, danke für den Tipp. Aber ich weiß auch gar nicht wohin. Wo ist denn das Ziel? Mir wird ja nichts angezeigt hier. Wenn ich die Alt-Taste drücke. Ah, doch wird jetzt. Ja, müsste ich vielleicht mal öfter drücken. Die gute alte Alt-Taste. So, Hepper. Das ging jetzt auch richtig flott. Flottikowski. Und jetzt nach da oben angeblich. Okay, probieren wir unser Glück aus. Dort halbwegs flott nach oben zu kommen. Wäre schön, wenn das gelingt. Oh, das war nicht geplant so. Aua! Auch jetzt ist er schon wieder hier, ey. Das ist doch alles dumm. Die sind viel zu schnell. Und jetzt bin ich doch schon wieder geliefert. Weil gegen zwei komme ich da sowieso nicht weiter. Ich wünsche man könnte schnell einfach reloaden mit STRG R oder so. Dann hätten wir uns das jetzt nicht alles antun müssen. Ja, sobald die mich einmal eingekesselt haben, bin ich Hackfleisch. Du musst weg von ihnen. Richtig lecker für Spaghetti Bolognese. Frisch gekochte Face. Aber möchte ich gar nicht so gerne. Also, ne. Sind ja auch nicht kannibalisch hier veranlagt. Deswegen ist das nicht so ganz mein Geschmack. Aua, was war das? Und der andere hat nur zugeguckt und lacht sich jetzt ins Fäustchen, weil das so eine Fail-Aktion war. So, jetzt komm. Bitte stell dich mal nicht so dumm an. Sondern jetzt machen wir das richtig. Jetzt schaffen wir das nämlich. Da oben springt schon der erste wieder runter, ey. So, hier möchte ich gerne hoch. Danke. Danke. So. Und jetzt hier hoch. Ja, so. Wunderbar. So hoch waren wir bisher noch nie. Geil. So, jetzt kann uns ja nichts mehr aufhalten, oder? Oder gibt es jetzt noch irgendwas, was uns aufhalten könnte? Wir haben es doch schon quasi alles hier geschafft. So, die letzte Rampe. Und dann geht's ins Haus rein. In das Häuschen. Denn wir waren schon lange nicht mehr in einem Haus. In letzter Zeit waren wir nur in einem Schiff drin. Und hier ist wieder ein Fahrrad auf der achten Etage oder so. So schnell nach unten drücken. Mit der ganzen Faust einfach den Knopf reindrücken. Oh, die haben hier iPods. Dumm, dumm, dumm. Hier brauchen die noch Fahrstuhlmusik irgendwie. Dumm, 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 dumm. Und so weiter. So, hier ist der Raum 1104. Das ist nicht der, den ich aufsuchen möchte. Sondern ich möchte hier raus. Denn die Tür war rot. Oh, der Kran ist auch verdächtig rot. Wahrscheinlich muss ich da als nächstes hin. Werde ich eigentlich noch verfolgt oder habe ich sie abgeschüttelt? Wir müssen das Gewehr woanders detonieren. Ich kläre das mit Kriegs. Versuch du sie abzuschütteln. Oh, okay. Dann werde ich wahrscheinlich immer noch gerade verfolgt. Gefällt mir alles nicht so gut. Okay, da oben geht's weiter. Probieren wir dorthin zu kommen irgendwie. Aber wie? Ah, über dieses kleine Kabuff hier. Oder wie man das nennt. Aua! Wo kommt Alan her? Was war das für ein Schuss, den er abgefeuert hat? So. Aber kein Problem. Wir haben uns schon wieder regeneriert. Sind wieder voller Lebenskraft durchdrungen. Ach, was ist denn jetzt los? Sogar mit Helm? Ne, jetzt nicht mit Helm. Ich möchte nicht gegen behelmte Police Officers kämpfen. Sind die eigentlich auch von dem Special Squad hier? Ne, sieht nicht so aus. Weil die kann ich besiegen. Und die anderen kann ich gar nicht besiegen. Weil die jedem Schlag ausweichen. Ja, okay. Jetzt werde ich's natürlich nicht mehr schaffen. Vor allem... Halt dich doch fest! Was ist denn los? Hallo? Also irgendwie die Gegner... Am Anfang... Die sind jetzt wesentlich härter drauf als am Anfang des Spiels, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber irgendwie... Macht's keinen Spaß mehr gegen diese Leute hier zu kämpfen. So weg mit dir. Der ist schon mal tot. Für immer. So, hier schön im Zickzack laufen. Damit die ja nicht treffen. Denn die sind nicht darauf ausgelegt. Die haben nur das Stormtrooper... Äh... Nur das Stormtrooper Scharfschützentraining genießen können. So. Und den anderen lassen wir einfach hier unten. Oder? Aua, Mann! Hör doch mal auf damit! Was kann ich denn gegen... Den gegen tun? Ich fühle mich so hilflos. Okay, das hat nichts gebracht. Dann versuche ich mal, die Leute komplett zu ignorieren und einfach zu dem Rohr hinzustampfen. Vielleicht ist das ja des Rätsels Lösungs. Sodass man die Gegner einfach ignoriert und dann hier nach oben sich verziehen kann. Dann wird das Gewähr im Inneren des CCC-Gebäudes deponieren. Gleich im Werke. Und da wird so gute Sicht auf Case Convoy haben. CCC ist übrigens auch ein Begriff in der Informatik für den berühmten Chaos Computer Club. Die machen so, äh, Hacking-Kongresse. Und da lernt man... Ne, da lernt man eigentlich nichts. Sondern das ist einfach nur so eine Convention, der einfach abgehalten wird. So ein Happening einfach. Ah, da oben geht's weiter. Und da reden die halt darüber, wie Informatik die Gesellschaft beeinflusst und so Zeug. Ganz interessant, die ganzen Videos kann man sich auch online angucken auf YouTube. Kostenfrei. Aber die wahren Geeks gehen natürlich persönlich dahin. Ich glaube, das findet immer zwischen... Ähm... Zwischen... Hallo? Zwischen Weihnachten und Neujahrstadt in Hamburg, glaube ich. Ist also gar nicht so ultra weit weg von mir entfernt. Und was bringt mir das jetzt, dass ich hier bin? Da soll ich hin, ernsthaft? Das sieht aber nicht sehr so aus, als ob mich das... Als ob da irgendeine... Großartige Plattform wäre, die mich halten kann. Naja, aber wenn man das Spiel sagt, ich soll da hin, dann muss ich da wohl hin. Oh, da war tatsächlich was. Geil. Ah, und jetzt auf den... What the... Ne, das hat nicht gereicht, Reinsprung-Reichweiten-technisch. Aber das wurde zum Glück gespeichert, sodass ich nicht diese dumme Rohr-Aktion da nochmal machen muss. Weil die war echt... Die war echt, äh... Nicht so ganz mein Fall. Da habe ich zu lange gebraucht, um da zu realisieren, dass ich die Gegner einfach nur ignorieren sollte. So. Probieren wir unser Glück erneut. Und hier ist wirklich unser Glück gefordert, denn so langsam hat es nichts mehr mit Skill zu tun. So, Hepper und... Hepper. So, das haben wir ja schon mal gerafft. So, jetzt kommen wir auch hier wieder locker hin. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, da hinzukommen. Vielleicht mit einem geschickten Wall-Run. Ja. Au, hat zwar wehgetan, aber... Letztendlich hat es da noch Funktion opelt. So, und abrollen bitte. Au, voll gegen die Wand gerollt. Das gibt eine Beule. Aber gut. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Naja, Hauptsache hier ist ein Aufzug. Einfach mal irgendwo hindrücken. Der weiß auch gar nicht, wie viele Etagen wir nach oben fahren wollen, weil es nur... Wahrscheinlich ist das abhängig davon, wie doll man drückt. Und deswegen drückt sie immer mit ihrer ganzen Faust, schlägt richtig in den Knopf rein. Das ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. Sodass der Aufzug weiß, dass ich ganz nach oben möchte. Oh, hier ist noch eine schöne Kiste mit Farbeimern. Habe ich momentan keinen Bedarf nach. Und warum ist das hier denn so schmutzig? Und so verpixelt schmutzig vor allem. Da hat jemand aber nicht sauber gemacht hier. Naja. Oh, das hier sieht aber auch noch ziemlich im Bau befindlich aus. Ich erinnere mich an dieses Gebäude. Das sieht sehr interessant aus hier. So ein komischer Turm. Mal gucken, ob es gelingt, da nach oben zu kommen. Das hier sieht doch schon fast so aus, als ob wir das hier als Aufgang nehmen könnten. So. Zum Glück werden wir hier nicht beschossen. Ah, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache, ne? So. Ah, ja. Das sieht doch gut aus. Hier kommt man schön flott nach oben. Hier auf den, äh, reinen Betonwänden geht das hier weiter. Oh, das war nicht gut. Au! Oh! Voll Genick gebrochen. Aber die Save Points sind echt sehr, sehr nett gesetzt, muss ich sagen. Hä? Was war das denn? Hält dich doch an der Stange fest! Gute alte Face, ey. Kannst du dich nicht mal an der Stange festhalten? Oder muss ich hier einen Wallrun machen? Aber besser. Wahrscheinlich das, ja. Ist das hier eine Wippe? Nee. Müsst aber eigentlich, oder? Weil, wie leicht bin ich denn bitte, sodass das Brett nicht nachgibt, wenn ich hier ganz an der Spitze stehe. Naja. Physik ist hier eine Sache, die nicht groß geschrieben wird. Aber ist ja auch egal. Darauf zielt das Spiel ja nun nicht unbedingt ab. So. Schön hier die Metallträger nach oben, denn das ist voll sicher. Wow! Im Gegensatz dazu. Da wäre ich jetzt tief gefallen. Heiliges Kanonenrohr. So. Komm ich von hier da hin? Ja. Geil. So. Und was mache ich jetzt hier? Bringt mir das irgendwas, dass ich hier bin? Hm. Hä? Was mache ich denn jetzt? Komm ich da oben hin? Das wäre lustig. Nein. Autsch. Oh, nicht gestorben. Das verwundert mich. Wir können einen Blick nach draußen genießen. Mit den schönen gelben Flaggen. Und da sieht man Zivilisten. Ja. Recommended by Dr. Dave. Wer ist denn Dr. Dave eigentlich? Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Gesellen. Na, was machst du denn? Wieso bist du jetzt runtergefallen? Ja, wir wollen den ganzen Rotz nochmal machen. Naja, aber inzwischen haben wir das ja nicht raus wie das geht, wollte ich sagen. Hab den Satz zum Glück noch nicht beendet, deswegen ist es noch legal gewesen, das so zu verändern. Wollte nämlich ursprünglich was anderes sagen. So, jetzt aber. Sehr schön. Okay. Was sind das da für Kästen? 40p? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie WLAN-Router oder so Zeug. Gibt's ja manchmal. Manche Leute haben das, hab ich gehört. So, hepp. Und probieren wir jetzt nochmal hier hoch zu kommen jetzt. Aber diesmal bitte noch besser als eben. Und nicht... Ah, vielleicht mit dem Wall Jump. Ach, guck mal an. Und ich stell mir gerade vor, wie die ganzen Bauarbeiter hier nach oben gehen müssen. Die müssen immer hier diesen Slalom-Parcours machen, wenn die einfach nur dahin wollen, wo sie ihre Aufgabe zu erledigen haben. Das ist natürlich arbeitstechnisch und sicherheitsmäßig auch ein bisschen problematisch. Aber naja, die sind das wohl gewohnt hier in dieser Stadt, wo alle Baustellen hier so ausgelegt sind darauf, dass man hier so akrobatisch begrabt sein muss, um hier durch die... Um einfach nur den Arbeitsplatz zu erreichen. Na, immer schön lackiert haben sie es hier. Komm ich von da hinten nicht? Bringt mir das überhaupt was, wenn ich dahin jetzt gehen würde? Ne von... Hä? Von hier bin ich doch gekommen. Hä? Hä? Hier kann ich zwar einmal im Kreis laufen. Aber bringt mir jetzt so spontan jetzt nichts. Hm... Hm... Oder muss ich hier vielleicht noch höher? Wow. Na komm! Oh! Ja, wunderbar. Hm... Da oben vielleicht? Kann ich... Ob ich bis dahin komme? Wohl nicht, oder? Nein, probieren! Ist das wert? Nein! Oh, oh! Das wird weh tun. Oh! Na... Oh... Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz angenehm ist, so tief zu fallen. So, aber wie komme ich jetzt weiter? Also hier ist zwar dieses Ding... Aber... Das hilft mir jetzt nicht... Was ist denn jetzt los? Wie geht es denn jetzt weiter hier? Ich kann da oben rauf, aber... Dann bin ich jetzt wieder auf der Ebene, wo ich hergekommen bin. Oh! Oh! Oder ich fall einfach... Oh! Oh! Voll auf den Stahlträger mit dem Kinn! Da... Oh! Der Kopf ist ab, glaube ich. Hm... Tja! So, und jetzt? Wo geht es jetzt weiter? Leute! Ich brauche Hilfe! Jetzt hilft mir allerdings auch nichts, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen, weil das hier ist jetzt kein Problem, wo die Gegner einfach schuld sind, sondern weil ich nicht die nötige Wegfindung habe, um mich hier durch das komische Gebäude hier durch zu navigieren. Hm... Kann ich vielleicht hier irgendwo auf das Gerüst? Ne, hier sieht es nicht danach aus. Vielleicht im Inneren des Gerüsts auf der anderen Seite, vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich blicke mal hinein. Sieht nicht danach aus. Hm... Naja, klettern wir mal hierhin zurück. Aber von da kommen wir doch! Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Oder hat mich der Savepoint zurückgeworfen, sodass ich diesen komischen Übergang noch nicht wieder gemacht habe? Guck mal, da oben ist eine Plattform. Wahrscheinlich muss ich da hin. Ah, okay. Ja, das war ja verwirrend. Die beiden Gebäudeteile hier sehen ja fast gleich aus. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass der Savepoint mich zu dem anderen gesetzt hat. Verdammt! Da hätte ich drauf gemusst. Und das geht bestimmt auch. Nur nicht, wenn man so, äh, failed wie ich. Nein, Faze! Was machst du denn? Halt dich doch fest! Also, so langsam wird es ja ein bisschen peinlich. Jetzt bitte, Faze. Halt dich da fest. Danke. Und jetzt nochmal hier rüber und dann passt das auch. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn dieser Stahlträger hier einfach runterfällt. Und irgendeine Bauarbeiter auf den Kopf. Aber Bauarbeiter tragen natürlich Helme. Von daher überleben die das natürlich. Aber trotzdem. Wäre, glaube ich, ein Schockerlebnis dann für die. Hm. Aua. Wie kann ich mich da festhalten, bitte? Also, ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ja, natürlich, so eine, so eine komische, zwei Kilo schwere Blechplatte hält natürlich, äh, die, die, äh, 40 Kilo schwere Face aus, wenn sie da mit ihrem vollen Körpergewicht ranhängt. Und dann fällt da nichts runter. Weil vielleicht wird sie stabilisiert durch einen, so einen Farbeimer. Der, der die Platte da hält auf der anderen Seite. Dann haben wir nämlich wieder hier diese Physik, die wir eben noch beklagt haben. Ah, geht doch. Ach, das war nicht so eine Blechplatte, sondern das gehörte zu dem ganzen Gerüst. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich da oben hin jumpen, oder sehe ich das falsch? Also, irgendwie ist dieser Weg hier nicht gerade, oder ich gehe hier hin einfach. Der Weg ist nicht gerade einleuchtend und man kommt nicht auf Anhieb darauf, wo es hier weitergeht. Sowas mag ich eigentlich nicht so gerne, aber naja. So, wir können theoretisch über das Schild auch auf die andere Seite. Aber erstmal möchte ich hier gucken, was es hier so gibt. Zum Beispiel hier. Ach, nur einmal. Ich dachte, es gibt zumindest mal hier eine Konserve oder so. So langsam muss Face hier auch mal wieder essen, ne? Die ist jetzt schon ewig unterwegs hier und hat seit Anfang des Abenteuers nichts mehr gegessen. Außer die eine Pizza, die sie bestellt hat. Aber die hat sie dann ja letztendlich auch nicht gegessen, weil sie vorher ihr Büro verlassen hat. Um Kate zu besuchen. So, und jetzt? Hm. Wie es hier weitergeht in diesem lustigen, noch im Bau befindlichen Gebäude, werden wir erst das nächste Mal erfahren. Vielleicht dann ja auch ein bisschen erfolgreicher hier durch die Gänge navigieren. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Let's Play Mirror's Edge. Bis dann Leute und Ciao!